Dank unseren Boosts kannst du die Chance erhöhen, dass dein Produkt von potenziellen Käuferinnen und Käufern gesehen wird. Wir bieten drei verschiedene Boosts an. Bronze, Silber und Gold. Der Bronze Boost bringt dein Produkt an die Spitze der Suchergebnisse. Sucht ein Mitglied nach einem Produkt wie dein, erscheint dein also zoberst. Der Silber Boost macht das Gleiche, zeigt dein Produkt aber auch als Empfehlung bei ähnlichen Produkten. Der Gold Boost umfasst die Bronze- und Silbervorteile, platziert dein Produkt aber auch auf der personalisierten Startseite von Riccardo-Mitgliedern, die sich für Produkte wie deines interessieren. Die Mitglieder bekommen dein Produkt zusätzlich als personalisierte E-Mail empfohlen. Beim Inserieren eines neuen Produkts kannst du den Boost direkt im Einstellformular dazu buchen. Bei laufenden Auktionen kannst du den Boost unter «Mein Verkaufen» aktivieren. Wähl den Artikel aus der Übersicht des laufenden Angebots aus und buch den gewünschten Boost. Wichtig, der gleiche Boost wird automatisch nochmal gebucht, wenn du ein abgeschlossenes Angebot erneut anbietest. vor Ort ist der Durchsicht des Laufenden Gäste! Differen Sie mit einem Schiffs- und Schiff- 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 und Schiff. Die Blöden Gäste sind nicht so gut, wenn du einse Mommy-Beschiff hast. Sie sind an staple, dass die Götung für die Schiff- und 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 Schiff.